Herzlich willkommen zum The Twelve Podcast mit Clark und JP. Zwölf legendäre Deutsch-Rap-Momente. Whisky und Rap haben viel gemeinsam. Man kann sie mit einfachen Mitteln produzieren. Und durch Skills und Hingabe werden aus ihnen beeindruckende Kunstwerke. Gemeinsam mit Chivas Regal suchen wir nach den Momenten der Rap-Geschichte, die die Zeit überdauern. Immer im Zeichen der Zwölf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Twelve Podcast. JP, Clark, wir sitzen hier und sprechen dieses Mal über einen Moment, in dem zwei Mädels wortwörtlich eine Tür eingetreten haben. Vom Allerfeinsten. Nämlich im Video zu Deine Mutter. Es sind Juju und Nura aka SXTN Sixten. Sixten, Alter. Das war ein unserer Meinung nach auf jeden Fall ikonischer Moment in der Deutsch-Rap-Szene. Safe. Ich erinnere mich noch ganz gut an, als das Video rausgekommen ist. Und das ist tatsächlich gewissermaßen, also Schocken klingt jetzt bescheuert. Das klingt so, hä, wie, warum können, wie machen die das? Aber ich erinnere mich schon, dass es viele Leute, glaube ich, geschockt hat tatsächlich, dass da jetzt einfach diese Mädels sind, die auf ganz casual, ganz normal ihren Film durchziehen. In einer Szene, die bis heute immer noch männerdominiert ist. Brauchen wir uns nichts vormachen. Hat sich mittlerweile einiges geändert, aber das war damals neu. Das ist halt einfach normale Mädels, so in unseren Augen wahrscheinlich, weil ich spreche jetzt mal für mich, einfach tun können, worauf die Bock haben und damit erfolgreich sind. Und dass es ankommt vor allen Dingen, genau. Fand ich unfassbar geil. Ich muss sagen, so mein persönlicher Moment, wo ich gedacht habe, okay, krass, war bei dem Video zu fotzen im Club. Ich weiß nicht, ob du dich da noch erinnern kannst. Es ist eigentlich am Ende des Tages ein Partyabend von den Mädels gewesen, die einfach irgendwie gesagt haben, komm, wir filmen jetzt einfach mal einen Abend, wie wir uns richtig einen reinsaufen und durch Berlin gehen und Session machen. Das Video habe ich gar nicht so am Schirm. Bro, das Video ist unfassbar. Also es ist eins meiner Lieblings-Deutsch-Rap-Musik-Videos. Einfach, weil es so simpel von der Idee her ist, aber so geil umgesetzt worden ist. Also musst du dir auf jeden Fall nochmal angucken. Ich glaube, das ist alles so auf Snapchat-Basis gefilmt einfach nur, also so mit Handy, keine richtigen Kameras. Und dann ist es wie so Nura so an der Bar steht und dem keiner so ins Gesicht lächelt und dann so eine Flasche Schnaps klaut und so und dann so wegrennt und so. So ein unfassbar geiles Video. Wie so die beiden Mädels mit ihren Freundinnen, ich glaube so zehn, zehn Mädels und dann haben die einfach Berlin hochgenommen in einem Abend. Unfassbar geil. Also Action gibt es natürlich auch um deine Mutter-Video. Also ich meine, da gibt es auch richtig Action. Da sind wir jetzt halt noch ein bisschen eher, weil das quasi der Auftakt zu Sixten war. Auch mit Mädels, die da einfach, nicht nur Mädels, halt auch Jungs, die einfach da einen guten Abend haben. Ich gehe mal davon aus, es war bei Maxim von KIZ in der Wohnung, weil in den Credits zu dem YouTube-Video steht halt Special Thanks to so und so und so und so und an den wilden Mob in Maxim seiner Wohnung. Also weiß nicht, welcher Maxim soll es sonst gewesen sein? Kann sein. Würde ich mal drauf tippen. Kann aber auch ein anderer Maxim gewesen sein. Falls es jemand weiß, bitte mal in die Kommentare schreiben. Mich ist voll interessant. Ach, da ist die Kamera, sorry. Sonst sträumen wir einfach mal das Gerücht, dass es da aufgenommen wurde. Ja, genau, es wurde da aufgenommen. Da wurde es aufgenommen. Und tatsächlich wird halt nach 10 Sekunden im Video ungefähr die Tür eingetreten. Nura und Jujo kommen rein, treten die Tür ein. Symbolisch. Symbolisch. Für das Sixten-Movement. Also erstmal auch wildes Video ist, glaube ich, von Easy Does It gewesen damals. Ist es bis heute. Aber... Die haben auch, glaube ich, die meisten Sixten-Videos gedreht, ne? Easy Does It. Gut möglich. Aber warum es halt auch ein symbolischer Move ist, weil die beiden haben die Tür eingetreten dafür, dass Frauen in Rap es mittlerweile leichter haben als zuvor, würde ich mal sagen. Weil, erstens haben Leute halt gesehen, okay, du kannst halt einfach so sein, wie du willst und deinen Film fühlen und auch als Frau damit erfolgreich sein in der Szene. Und leider Gottes musste halt auch die Industrie hinter der Kunst sehen, okay, damit lässt sich Geld machen. Und das haben die halt sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt mit dem Song. Dann kam, glaube ich, die EP, ne? Das Sozialisierungsprogramm und dann das Album Leben am Limit. Ja. Und ich würde mal behaupten, wenn das alles nicht so gut geklappt hätte, dann hätte die Entwicklung, die wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, deutlich länger gedauert. Könnte man auf jeden Fall von ausgehen, würde ich mal sagen. Aber was glaubst du, warum hat es bei Sixten so gut geklappt? Also, was ist so dein Eindruck? Weil es authentisch war. Also, ganz einfach, ne? Ja, aber es gab ja davor auch schon authentischen Frauen-Rap. Ja, safe. Also, ich meine, Ever zum Beispiel, so, ne, war ja Maximum authentisch. Ja, voll. Sie ist auch mega erfolgreich geworden mit dieser Musik, weil das, ne, das wollen wir jetzt gar nicht absprechen. Aber ich glaube, es hat ja nochmal, Sixten hat halt nochmal einen anderen Impact allgemein auf die Rap-Szene und wie vor allem Labels dann mit Female Artists in Zukunft umgegangen sind. Würde ich sagen, weil es halt, ja, okay, Authentizität, nicht alleine das, sondern die Authentizität, Authentizität von halt normalen Mädels, so, die, die smoken, die einfach feiern wollen und so, ne? Ich meine, Ever ist auch authentisch und, äh, aber ich glaube, mit der können sich nicht so viele Mädels dann so einfach identifizieren, ne? Wahrscheinlich, ja. Also, die hat einfach ein so geistiges Leben durch. Ja. Äh, und rappt ja dann auch da drüber. Safe. Und wenn du halt irgendwie die Mädels hast, die über ihr Bonkzimmer rappen oder so weiter. Auch ein schöner Song übrigens. Dann ist es wahrscheinlich leichter, äh, da irgendwo zu relaten. Ja, ich glaube, einfach auch so, die waren halt auch irgendwie so das Homegirl, was man einfach so kannte schon, so, weißt du? Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, das ist jetzt irgendwie was Neues. Das ist so, wie so, wenn eine gute Freundin von mir jetzt angefangen hätte zu rappen, so. Genau, und das hat endlich mal eine Bühne bekommen. Ja, voll. Weißt du, das, das gab's halt in der Form, also ich erinnere mich nicht dran, ne? Ich hoffe, wir tun jetzt niemandem Unrecht, so. Also, nicht in dem Ausmaß auf jeden Fall. Das kann man ja eigentlich mit einer relativen Sicherheit sagen. Ja. In Deutschland hat das so nicht stattgefunden, ne? Genau. Vor allem auch mit der, also mit den Skills. Die konnten halt auch einfach krass rappen, so. Konnten krass performen. Ich weiß noch, die Splash-Live-Auftritte, die man sich dann so angeguckt hat auf YouTube. Also, die haben ja auch unfassbar eine Bühnenpräsenz gehabt, so zu zweit. Ja. Also, auch einzeln auf der Bühne, aber ich fand die in der Kombination, fand ich das schon sehr, sehr geil. War es ja dann auch ein bisschen so, halt, dass ihr auch so Gesichter dieser New Wave, also New Wave ist jetzt vielleicht noch ein bisschen eher so in den letzten Jahren gewesen, aber einer neuen Generation, unserer Generation, würde ich mal sagen, auch... Wo es eh so ein bisschen lockerer einfach war und nicht mehr so ganz... Ja. Wo halt Rap-Konzerte auch einfach Party sind und nicht mehr. Einfach nur der hier. Und dann wieder von vorne. Ja. Und Saufen, Kiffen, Action, so. Das war, glaube ich, schon ein großer Teil dieses Erfolgskonzepts, dass das am Ende alles so funktioniert hat, wie es funktioniert hat. Wie hat Zixson, als du das das erste Mal so für dich gesehen hast, wie hat das auf dich gewirkt, so? Ja, nice. Also, das ist genau der Punkt, wo ich mir, wo ich auch gerade meinte, was wahrscheinlich das Erfolgsrezept ist. Also, du hast den Mädels halt direkt abgekauft, was es ist. Nicht nur den Mädels, sondern der ganzen Crew, die auch dann auf der Party so dabei ist, ne? Die haben es alle gefühlt. Voll. Und das ist eigentlich für mich häufig so ein Aspekt bei Rap, wenn ich das Gefühl habe, die Leute fühlen, was die machen, dann kann ich das auch respektieren, wenn es nicht meine Mucke ist. Also, ne? Ich würde jetzt ja eigentlich sagen, dass das nicht meine Mucke ist. Ich habe es wahrscheinlich nicht so oft gehört wie du vielleicht. Keine Ahnung. Aber bei ein paar Leuten habe ich halt manchmal das Gefühl, die machen es nur um... Ich muss jetzt noch ein Album machen. Ich will jetzt abcashen. Ja, ja. Ja, hier, die Single, die wird funktionieren. Ich mache das jetzt. Und ich mache es auch nochmal im Zweifelsfall genauso. Aber bei denen hat man halt das Gefühl gehabt, ey, guck mal, die machen schon länger Mucke. Und die haben jetzt anscheinend einen professionellen Rahmen dafür irgendwo geschaffen. Sehen vielleicht auch einfach, dass der Zeitpunkt gekommen ist, dass es funktionieren kann. Und dann haben sie es halt so auf den Weg gebracht. Ich glaube halt gerade, weil es halt nicht so eine sichere Sache war, dass es funktionieren kann. Also, weißt du, es war ja nicht absehbar, dass genau diese Kombination jetzt voll durch die Decke geht. Ja, die Tür war noch zu. Genau. Die musste eingetreten werden. Das Ding, gepaart mit der Ignoranz, gepaart mit den, okay, die können auch krass rappen, war für mich so das Ding, okay, alter, heftig. Ja, stimmt. Aber ey, auch, dass das eigentlich so eine Diskussion war, ne, dass die Leute darüber gesagt haben, ah, guck mal, ja, aber die können ja wirklich rappen. So, als wäre es halt irgendwie unlogisch, was Frauen nicht rappen. Also, safe. So, das, und da draus hat sich halt echt noch einiges entwickelt. Also, ich glaube, dass so eine Bad Moms Jays wahrscheinlich schwerer gehabt hätte, wenn es Sixten nicht gegeben hätte. Ja. Oder halt sehr viele Newcomerinnen, die jetzt in den letzten Jahren so rausgekommen sind, die gerade noch am Hochkommen sind und so weiter. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Einfach auch, weil ich glaube, bevor Sixten es noch sehr ignorant war in der Deutschrap-Szene. Und ich finde auch so, wenn man es, ne, wir sind jetzt nicht die Number One-Kandidaten, um das so richtig zu bewerten, aber ich habe gerade nochmal einen Artikel von der guten Jamila gelesen, dass es ja durchaus auch einfach irgendwo feministische Züge hat, wenn du dir in dieser Männer-dominierten Szene, wo es halt diese Narrative gibt, okay, du musst irgendwie hübsch sein, du kannst als Frau in der Szene so oder so existieren und die haben sich halt auch die Worte, ne, das F-Wort, ich nenne es echt F-Wort, ich hasse dieses Wort, das klingt einfach furchtbar, das halt genommen und für sich positiv umgedeutet. Und auch, dass sie halt so einen Song wie, was war es, Hassfrau, wo ja die ganze Zeit nur diese ganzen Klischees, die ganzen... Wo dieses Orgi-Ding so ein bisschen umgedreht worden ist. Ja, wo halt einfach ein Klischee nach dem anderen so abgeklappert wird. Aber es hat sich auf diesen Orgi-Song bezogen, glaube ich, ne, auch? Der hat ja so einen Song, was Ali Schwarzer ja mal vorgelesen hat in dieser legendären Sendung. In dem Song ist dieses Ali Schwarzer-Ding zitiert, gesampelt quasi. Ah, okay, 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 muss ich mir nochmal anhören. Geil, Alter. Worauf wir aber auch nochmal kommen können ist, was halt, hatten wir gerade schon mal kurz angerissen, was sich da draußen alles entwickelt hat, ne, also in den letzten Jahren. Aber für mich ist Bad Moms Jade zum Beispiel eine der größten Deutschrap-Künstlerinnen der letzten Jahre. Dieses Jahr... Das... Und... Brauchst du, brauche man nicht drüber reden, Alter. Dieses Jahr, wir haben, zum Zeit der Aufzeichnung noch 2022, Nina Chuba komplett rasiert, so als Newcomerin. Aber so komplett von Seite auch, ne? Komplett von Seite einmal rein. Da haben wir alles mitgenommen. Zack. Voll. Äh, was sag ich, Laila feier ich, aber die feier ich richtig mies, ne? Die auch... Weil da so ein bisschen für mich halt noch so ein bisschen dieses Soulige noch mit drin ist, so dieser Vibe und ihre Stimme, das ist so was, das ich mir wirklich sehr gerne auch anhöre, so. Ja, und auch wie sie reingekommen ist mit Chopper, was halt so sehr dieser new-wavige Sound war, den ich zu der Zeit krass gefühlt habe und auch einfach sehr sympathisch ist sie. Voll. Äh, es sind halt sehr viele in den letzten Jahren rausgekommen, ne? Also no front an irgendwen, den wir jetzt nicht gerade erwähnen, aber es ist einfach sehr schön zu sehen, wie das mittlerweile läuft. Safe, safe. Auch irgendwie das Gefühl, dass die untereinander irgendwie mehr Liebe für sich haben, als jetzt so... Ja, guck mal, wir haben jetzt gar nicht über Shirin, Loredana und, äh, wer noch alles rausgekommen ist, Unique. Also Haiti ist jetzt nicht neu rausgekommen, aber ist auch schon lange am Start und macht unfassbar krasse Musik, so. Ich muss sagen, Unique auch ungefähr in der Zeit so mit diesem, äh, Remix von Nie Wieder, ne? Also Nie Wieder kam ja, hm, lass es mal, Mai oder Februar 2015. 2015, ja. Äh, ich weiß nicht genau, wann Uniques Remix davon kam, aber meine Freundin hört den bis heute immer mal wieder. Aber Unique ist halt auch einfach MC, MC, MC. So. Also so wirklich MC. Ja. Rap-technisch ist sie auf jeden Fall top-notch, da kann keiner was gegen sagen, ich feiere diese Frau unfassbar. Auf jeden Fall. Und auch, äh, bei ihr... Jetzt war ein Song mit Nu, mit Nu, äh, von den Bantus. Ja. Also die beiden haben sich da auch wirklich, äh, nix, nix geschenkt gefühlt, so, aber es war sehr, sehr, also sehr, sehr krasser Song. Checkt den auf jeden Fall ab, wenn ihr den nicht kennt. Shoutout auf jeden Fall, äh, an Sixen fürs Türeintreten und Shoutout an alle anderen, äh, female MCs, die danach gekommen sind und das Ding auf ein Level gebracht haben. Ähm, ja. Die Szene endlich, äh, ein bisschen bunter gemacht haben. Geil, auf jeden Fall. Wir sehen uns in der nächsten Folge The Twelve Podcast. Ciao. Wir sehen uns in der nächsten Folge The Twelve Podcast.